einen wunderschönen guten tag liebe zuschauer zum jetzigen jfd live trading tv am 14 dezember kurz nach den news zu den us rohe lagerbeständen die hier zu einem auftrieb führten denn die lagerbestände sind weniger stark gestiegen und das hier reihum hier sogar gefallen benzin lagerhaltung gestiegen weniger als erwartet wohl bemerkt auch hier die destillat lagerhaltung weniger als erwartet und dann ist ihre lagerhaltung generell eben gefallen und der rohe begrüßt dies ja erwartungsgemäß fast schon eben mit anziehenden notierung wir waren heute noch kurz ein stück warten bis der schad reinlädt hier schon auf jeden fall tiefer wir haben hier den tagesschad zum wte öl je barrel und ja die tagestiefs liegen jetzt ein stück weit hinter uns wir haben immer noch das gap offen aus der letzten handelswoche auch hier sehen sie das hatten wir gerade im jfd devisenradar webinar thematisiert dass es eine gap schließung geben könnte auch im sinne eines nochmaligen pullbacks an diese eigentlich gebrochene widerstandszone 51,85 dollar dieses niveau wurde ja schon überwunden die generelle ausrichtung war dann auch ein lauf richtung 58 dollar wenn es über 54 rausgeht es gab hier so eine art klein fake nach unten nochmal also wie so eine art fake break out welcher dann eigentlich weiterfallende preise hätte zulassen sollen aber mit diesem dann temporären aufträger zum ende der woche und daneben auch dem abgeb zu diesem wochenstart hat sich die situation jetzt hier wieder durchweg gewandelt grundsätzlich sollten wir noch mal leicht zurücksetzen können dann wären hier preise um 52 dollar barrel sicherlich ein buy die dann eben hier versprechen dass der ölpreis je nachdem von diesem niveau ausgehend aber auf jeden fall hier die chance zweistellig zuzulegen also im zweistelligen prozentbereich soll heißen hier gute 10 prozent 12 5 prozent sogar exakt wenn man hier bei 51 85 etwa kaufen würde könnte man hier sozusagen initiieren auf der oberseite das sieht sehr sehr interessant aus bei einem überschaubaren risiko welches man dann hier sozusagen spätestens unter das niveau hier liegen sollte von eben 50 dollar 50 etwa machen wir das mal hier zu einer rechts verlängerten linie machen sie rot als mögliches stop level vielleicht auch noch ein stück breiter damit wir hier sozusagen eine signifikanz haben und ja darunter sollte es eben nicht gehen das wäre dann praktisch auf der anderen seite das mögliche definierte risiko ja also hier wirklich eine hervorragende ausgangsbasis auch für den fall dass man sagt es könnte auch direkt nach oben gehen soll heißen wenn der preis sozusagen jetzt hier auf die idee käme keine tiefs zu machen dann könnte man hier im grunde genommen auch das setup fahren das vom aktuellen niveau inklusive offenlassen des gaps hier auch immer noch eine exorbitante chance besteht den bereich 58 dollar eben zu erreichen und das misst sich dann letztlich hier auch in einem komfortablen chance risiko verhältnis dann wäre es sogar zu empfehlen dass der stopp dann hier nicht erst unter 50 dollar 50 sondern dann könnte auch hier unter 51 dollar 50 beispielsweise liegen also sollte dann hier nicht mehr zu einem signifikanten rückgang unter diese jetzt nunmehr wirklich gebrochene widerstandszone kommen also summa summarum der ölpreis blickt hier nach oben das sieht gar nicht schlecht aus tendenzpfeile weisen eben hier ganz klar aufwärts und auch die saisonalität die zuschauer des eben erfolgten webinars wissen dass hier sehen wir den us dollar kanadisch dollar der sozusagen hier negativen korrelationseffekt hat zum öl gerade eben vor dem hintergrund dass der kanadische dollar profitiert wenn die ölpreise steigen genau wie die norwegische krone beispielsweise und schauen wir uns aber mal den wti schad auf 40 tage an vorausgeschaut wurde bemerkt sehen wir hier sehr interessant dass der preis so jetzt muss noch einladen jetzt haben wir es der preis hier tendenziell sehr sehr bullischen bias genießt und das deckt sich im prinzip hier mit der variante dass wir hier steil nach oben laufen und im prinzip als nächstes das niveau von 58 dollar anvisieren die wahrscheinlichkeit sehr hoch dafür meine lieben zuschauer hier bei 58 dollar jetzt scrollen wir uns mal ein stück weit raus aus dem schad haben wir eine stauzone aus früheren zeiten 2015 hier ein level mit viel price action deswegen die nächste zone und knapp drüber haben wir im prinzip auch aufgrund der bewegung hier vom november tief bis zum dezember hoch was ja anfang dezember gemacht wurde dann sozusagen die 161er fibonacci projektion nach dem goldenen schnitt und das lässt mutmaßen dass hier diese preis region durchaus ein erstrebenswertes ziel level ist also wti öl auf jeden fall interessant schauen sie sich mal an im fokus halten ich sag erst mal danke fürs dabei sein wenn sie mögen können wir uns morgen wieder morgen insbesondere dann auch beim jfd live event hier mit jens glatt und meiner wenigkeit werden wir die märkte hier über stunden beäugen werden vielleicht auch den einen oder anderen index trade absetzen und eben beobachten was die märkte generell nach dem heutigen fett event so zu bieten haben freue ich mich drauf ihnen auf jeden fall noch eine schöne handelszeit ihr christian kämmerer und tschüss